Willkommen in der Technik Video Welt. Heute haben wir das Y21S von Vivo für euch. Nicht das Topmodell wie das Vivo X60 Pro, was wir schon einmal hatten, sondern diesmal geht es um die Leute, die eben nicht so viel ausgeben wollen für ihr Smartphone. In diesem etwas umfangreicheren Tutorial werden wir auch dieses Mal uns erst einmal anschauen, was denn Vivo über sein Y21S so selber zu sagen hat, worauf sie sich fokussieren und wen sie meinen, es genau richtig ist für dieses Handy. Das werden wir uns mal gemeinsam ansehen. Im zweiten Teil werde ich dann gemeinsam ein Unboxing mit euch machen und dann schauen wir uns mal an, was denn Vivo denn dem Gerät alles so beifügt. Wir werden natürlich auch mal ein bisschen hin und her wischen, werden mal das Handy einfach mal bedienen und dann mache ich natürlich das, was ich immer gerne mache, nämlich einmal Asphalt 9 spielen. Und dann schauen wir mal an, wie das Ganze sich anfühlt, ob das Ganze gut verläuft oder ob es dann doch zu Problemen kommt, weil das Handy etwas günstiger ist. Nicht vergessen, auf unserem Schwesterkanal AI Tipps und Tricks gibt es jede Menge Tutorials zum Y21S. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr bestimmte Dinge macht, schaut auf jeden Fall dort vorbei. So, legen wir los! Moin Leute, ich bin Alper und heute schauen wir uns das Y21S von Vivo mal etwas genauer an. Im ersten Schritt schauen wir uns jetzt mal an, was denn der Hersteller über das Y21S selber sagt. So, wir sind auf der Homepage von Vivo und sehen das Y21S und hier steht es auch schon Perfect Shot. Es geht also von Anfang an um die Kamera des Y21S. Wir sehen hier 50 Megapixel Hauptkamera, 5000 mAh Akku und 18 Watt Fast Charge Schnellladefunktion. Ist ja wirklich schon mal eine tolle Sache und 8 mm schmales, trendiges Design. 8 mm kann ich gar nicht beurteilen, ob das jetzt besonders schmal ist oder nicht. Also Design, schmal und trendig, wird also nochmal ganz klar gesagt. Flacher Rahmen, 5000 mAh Akku, 8 mm dünnes Gehäuse sehen wir hier. Wir sehen hier nochmal das Handy wirklich in seiner ganzen Pracht. Ich finde ja hier diese Farbeffekte wirklich schön und man kann hier auf der linken Seite eben die verschiedenen Kameras sehen. So, Strukturnuancen auf einem neuen Niveau, die zart geprägte Struktur begeistert mit einem gefrosteten Look. Genau, das war das, was ich gerade erwähnt hatte und bei Midnight Blue sieht das eben ein bisschen anders aus. Wir sehen hier Seitenverhältnis 20 zu 9, Bildschirm-Gehäuseverhältnis 89%. Hier gibt es also wirklich viele Informationen über das Gerät, über hier diesen seitlichen Fingerabdruckscanner und Face Awake. Das ist also auch ganz gut. Man kann bei Bedarf mit einem einzigen Augenaufschlag das Ganze entsperren. Über die Sicherheit brauchen wir uns glaube ich da jetzt nicht so zu unterhalten, wenn es da lediglich über so eine einfache Kamera geht. Aber der Fingerabdrucksensor bietet ja auf jeden Fall schon genug Sicherheit. Genau, hier geht es dann nochmal um den Akku und Fast Charge und dann kommt natürlich die Triple Camera. Und da sieht man mal, was für tolle Bilder das Gerät machen kann. Eben, es gibt noch zu, hier eine Bokeh-Kamera, hier ein Bokeh-Algorithmus, super Makro-Kamera und 8 mm Super Night Selfie. Also wenn man wirklich mal abends mal Bilder machen will. Und das ist meiner Ansicht nach auch genau das, womit sich Vivo auch sehr stark hervorhebt. Nämlich wirklich mit diesen tollen Kameras, die die verbauen. Denn auch egal ob teuer oder günstig, man sieht, die verbauen wirklich gute Kameras da drin. Wir haben 4 GB Smartphone, 4 GB Speicher drin, also RAM, plus 1 GB Extended, was er sich dann fast in der Festplatte schnappt. Und 128 GB ROM, also von der Festplatte 128 GB habt ihr. Der Prozessor ist ein Octa-Core Prozessor mit 2 GHz und es gibt hier ein dynamisches Management von CPU, GPU und Speicher, damit ihr zum Beispiel eure Spiele viel besser spielen könnt. Dann gibt es eben hier, genau, Datenverbindung und Systemgeschwindigkeit. Also hier wird jede Menge optimiert seitens Vivo und hier haben wir noch diesen Ultra-Game-Modus, Bild-in-Bild-Spiel, bitte nicht stören wird aktiviert und E-Sports-Modus. Also jede Menge Dinge, die sich haben einfallen lassen. Diese eigene Oberfläche, die sie über Android gesetzt haben, ist sehr einfach und verständlich und sehr minimalistisch. Und wir sehen jetzt hier auch einen KI-Editor, ermöglicht es, sehr stylische Videos zu machen und in den sozialen Medien zu teilen. Also das ist das, was Vivo sagt. Was mir so auffällt, ist eben Akku, Kamera und Prozessor. Eigentlich so die Dinge, die man eigentlich immer so haben will, aber scheint ja alles mitzubringen. Klingt ja ganz beeindruckend, was Vivo über sein Y21s so verrät. Natürlich die 50 Megapixel Kamera, natürlich, dass es schnell laden soll, natürlich der auf Spiele optimierte Prozessor. Also alles Dinge, die einem doch heutzutage wichtig sind, wenn man eben ein Handy kauft, was eben auch nicht so viel Geld kostet. Dass man da eben auch noch eine 50 Megapixel Kamera bekommt, klingt ja schon mal sehr gut. Wir werden jetzt einmal das Gerät auspacken und dann mit euch mal ein bisschen Asphalt 9 spielen. So, dann fangen wir doch mal mit dem Unboxing an. Das Y21s. Wir machen mal einmal das Ganze auf und wir finden hier erstmal einige Informationen, gehe ich mal davon aus. Genau, mit einigen Zettelchen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Genau, hier ist das Y21s, das hole ich mal hier mal raus. Legen wir mal einmal zur Seite und das, was ich besonders spannend finde, ist ja, während alle Hersteller sparen, also zumindest die großen, wie Samsung und Apple, die legen dann zum Beispiel kein Netzteil mehr bei. Und Vivo denkt sich, nö, machen wir trotzdem und zwar auch bei den Geräten, die eben günstiger sind. Und hier ist jetzt ein 18 Watt Netzteil drin, was euch eben hilft. Also nicht nur ein einfaches Gerät, was wir eben sonst so bei den günstigeren haben, wo noch ein Netzteil dabei ist, sondern satte 18 Watt. Das hilft euch also, auf jeden Fall euer Gerät schneller zu laden. Das finde ich also schon mal super, dass das dabei ist. Ansonsten haben wir hier wahrscheinlich USB-C Anschlüsse. Schauen wir mal, ob ich das hier einfach mal so sehen kann, wenn ich das hier so rausziehe. Dann haben wir, ah ne, USB-A zu und jetzt gucken wir mal, das ist USB-C. Genau, USB-A zu USB-C, absolut okay. Und während alle sparen, denkt sich Vivo, hey, ihr kriegt noch Kopfhörer von uns und die Kopfhörer mit dem Standard Klinkenanschluss. Also auf jeden Fall gibt es hier einige Reingaben, die man eben, wie gesagt, nicht mehr bei allen Herstellern findet. Wenn wir uns jetzt hier mal das Vivo einmal anschauen und ich werde jetzt mal hier den Tisch mal ein bisschen weiter hochstehen, und wir es jetzt etwas besser anschauen können, dann sehen wir erstmal, okay, sieht erstmal so aus wie immer. Wenn ich jetzt nach links und rechts scrolle, merke ich da überhaupt gar keinen Verzug, klappt alles super schnell. Und wenn ich jetzt hier einmal das Menü aufrufe, auch das, ja gut, ein bisschen ruckeln merkt man, aber nicht so viel meiner Ansicht nach. Wir gehen mal in die Einstellungen und auch hier wechsle ich mal hier ganz nach unten nach oben und gucken mal, ob der damit irgendwie Probleme bekommt. Ein schöner Test ist ja auch grundsätzlich immer hier den Google Play Store. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf die Startseite gehe, was weiß ich auch für mich, und dann hier, ah genau, und dann sehen wir jetzt hier auch schon, weil hier natürlich nicht so ein starker Prozessor drin ist. Man merkt das hier ein bisschen, aber das ist meiner Ansicht nach auch wirklich jammern auf hohem Niveau. Denn natürlich ist es so, wenn ich mir jetzt irgendwelche Sachen anschauen will, ich weiß, ich habe nicht so viel ausgegeben, es reicht dicke aus. Diejenigen, die eben sagen, ah, das stört mich, sind eben meistens Leute, die eben vielleicht schon vorher ein schnelleres Gerät hatten. Wenn wir uns jetzt hier einmal YouTube anschauen, ich habe mir jetzt einfach mal, um das Display nochmal hier zu betrachten, ich gehe jetzt hier einmal auf Play. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und das sieht wirklich schön aus. Also, wenn wir uns hier die verschiedenen Einstellungen hier anschauen, von, wenn ich einmal nach unten gehe, nach oben, natürlich spiegelt es, aber die Qualität vom Display ist meiner Ansicht nach absolut gegeben. Reicht dicke aus für all das, was ihr machen möchtet. Und natürlich ein weiterer Test, mein Lieblingstest ehrlich gesagt, ihr wisst ja jetzt auch schon, was kommt, nämlich Asphalt 9. Und jetzt fange ich mal mit euch an, gemeinsam Asphalt 9 zu spielen. Mir ist ja immer besonders wichtig, dass man auch mit Geräten, die eben nicht so viel kosten, dass man auch mit denen ganz gut spielen kann. Also jetzt nicht irgendwelche großen Kompromisse eingehen muss oder irgendwas, sondern einfach direkt loslegen kann. Also starten wir mal mit Asphalt 9. So, 3, 2, 1 und los geht's mit unserem Wagen hier. Und ich versuche natürlich wie immer auf Nummer 1 zu gehen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, genau, ich will driften, das werde ich jetzt gleich mal machen. Ansonsten wirkt das Ganze natürlich wirklich auch hier relativ butterweich, wobei ich hier auch schon Ruckla sehe. Also es ist schon eine Sache, die mir auffällt, dass das eben nicht so flüssig ist wie sonst. Aber ich kann das Spiel ganz normal spielen. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt gerade, auf welchem Platz eigentlich? Mal schauen. Auf jeden Fall mache ich mal jetzt hier mal den Turbo. Ich glaube, ich bin auf Platz 3 aktuell. und rase wieder hier in die Zielgerade ein. Schauen wir mal, oder noch nicht Zielgerade? Oh, ich habe einfach gedacht, es wäre Zielgerade. Egal, ich werde auf jeden Fall das jetzt ganz normal weiter... Da hin ist die Zielgerade. Und ich bin... Ich bin... Wie viel da bin ich? Ja, erster, juhu, wieder geschafft. Echt cool. Und wir sehen also auch solche doch aufwendigeren Spiele bei Asphalt 9 klappen. Also auch hervorragend auf dem Gerät. Man sieht hier so ein bisschen Ruckla und ja, es dauert ein bisschen länger, wenn das Ganze eben einmal startet. Aber insgesamt kann man doch wirklich sagen, dass das doch super funktioniert. Und man insgesamt, also mit dem Zubehör, mit dem alles, was man bekommt und natürlich mit der tollen Kamera hier, 50 Megapixel, das ist doch echt klasse. Da bin ich wirklich begeistert. Also von daher glaube ich, dass man mit 200 Euro eigentlich nicht viel falsch machen kann. Also von mir aus ein Daumen hoch. So, das war unser Review zum Y21S von Vivo. Man muss schon sagen, für 200 Euro bekommt man relativ viel. Meiner Ansicht nach ist die Einzigartigkeit besonders darin gegeben, dass wir hier eine 50 Megapixel Kamera mitbekommen und ein Netzteil mitgeliefert wird, was auch noch 18 Watt hat. Also richtig gute Benefits meiner Ansicht nach, die nicht mehr jeder Hersteller liefert. Ansonsten sieht das Handy auch wirklich schick aus und für die Dinge, die man macht, funktioniert das einwandfrei. Also nochmal, meiner Ansicht nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was Vivo da rausgebracht hat. Ich hoffe, dieses Review hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!